Neues Spiel, neues Glück. Wir schauen mal. Mit Zitronius und Ostler. Die Latte hängt hoch, wir müssen das Chicken Dinner holen jetzt. Wir wollen unser Beste probieren. So, ja, schauen wir mal. Bisher sind wir alle... Hinter uns kommt noch einer. Hat aber keinen super Schirm, also ist wahrscheinlich... Also entweder ein Bot oder jemand, der... Links ist auch einer runtergekommen. Ich habe jetzt die neue Maus... Ich habe die... Wie heißt sie? Diese Ninjutsu Sora V2. V2. Richtig krass. Juhu, ich spiele gerade 2 im 16. Ich muss noch lauter machen. Oh, es ist ja schon perfekt. Bei meinem Marker habe ich einen runtergekommen sehen. Mein Marker ist einer. Ich wechsle jedes Mal auf die... Ich wechsle jedes Mal... Also ich komme mit der Maus noch nicht zurecht. Oh, der ist ja hier vor mir. Down. Oh, da ist noch einer. Da bei euch. Warum kann ich denn jetzt? Alter, was ist das? Au, 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 au. Danke. Alter Schalter, was war das denn? Was hat er überhaupt für eine Waffe gehabt, das... Das war eine DBS im Vollauto oder sowas. Der hat doch gut reingehämmert. Das hat sich nach einer DBS im Vollauto angehört. Alter Schwede! Ja, ich habe es ja auch gerade bekommen. Was ist das? Was ist das? Ich BZ den jetzt mal hier. Was war das? Zitrone, der ist irgendwo bei dir. Vorsicht. Hört sich spektakulär an, macht aber keinen Schaden, das Ding. Okay, der kommt zu mir rüber. Oh, das ist so gruselig. Ich glaube, ich habe ihn. Ach, das war die S12K. Einer glockt. Das war die S12K. Nächster. Da liegt ein Vierer. Da drüben laufen welche. Boah, er geht mir ja richtig auf den Zonder da. In das gelb parkierte Haus ist gerade einer reingegangen. Ich kann keine... Ah doch, jetzt kann ich... Jetzt habe ich den... Ja, okay. Ich stelle mich echt an. Ich schiebe es auf die neue Maus. Ich habe halt echt nur Schrottloot auch noch zusätzlich. Ich muss noch ein bisschen looten hier. Nordöstlich kommt die Crate runter. Ja. Hier, bei dir kommt einer. Down. Down. Oh mein Gott, was war das? Wo sind die anderen Beine? Der braucht doch nicht alleine hier rum. Oder war das der eine von vorhin? Ja. Oh Gott, ich sehe noch einen. Neck. Jo. Pfeffer. Down. Halleluja. Halleluja. Wo war noch einer? Was? Das ist ein volles Chaos-Game. DBS, falls einer ein DBS braucht hier. Oh mein Gott. DBS, falls einer ein DBS braucht hier. Ich brauche eine Extended Quick-Draw. Für die, für die SMG hat sowas jemand gefunden? Ist ja gut. Das brauche ich auch noch. Was geht denn hier hinten ab? Hinter den Hallen? Gott, hier geht es überall ab. Hier geht es überall ab. Oh nein. schwung. Drüben an den Häusern geht es immer noch Ultra ab. Gegnerisches Team an meinem Marker. Aber keine Player, glaube ich. Die hinten sind auf jeden Fall Europa Boots. Ja, so wie die sich bewegen. Ich kann nicht mal Gegner markieren mit meiner neuen Maus, das ist echt nervig. Die andere hatte 10 Tasten und die neue hat 2. Ich muss jetzt alles mit Key Binds machen. Und da komme ich noch gar nicht mehr zur Reihe. Ein bisschen wenig. Oh. Hm, hm. Gehört. Ja. Gelber Marker. Gegner. Ja und die laufen hoch. Den Berg. Perfekt sind wir fast in der Zone dran. Ist doch gut. Das ging bisher. Seht ihr da irgendjemand? Auf dem Berg? Ja. In der Position irgendwo? Ne, wa? Da hängt so viele Schüsse. Ach, die kommen immer noch da, wa? Die sind, glaube ich, die sind alle in dieser Siedlung da. Ja, hm. Ne, auf dem Berg sehe ich auch keine, ja. Ja. Einen habe ich genockt. Bei uns ganz in der Nähe sind welche? Von hinten, oder? Ja. Die kommen von den irgendwo von hier. Roter Marker. War aber ein Bot. Shit. Ich habe keine Munition mehr für meine Sniper. Oh man. 7, 6, 2. Da ist ein Auto. Ey, warum geht der nicht so schnell down? Schnell. Herze. Dann fehlt auch einer noch. Ja. Ey, 5, 5, 6 hat er hier, den ich gerade erschossen habe. Ne, ich brauche 7, 6, 2. Ich auch. Ja, 7, 6, 2 kann ich hier auch noch. Habe ich, habe ich, äh, hier habe ich gerade was gefunden. Das Auto, das ich da markiert habe, bin mir nicht sicher, ob das ein Spawnpunkt ist. Da hinten fährt ein Buggy rauf. Ja. Ja, aufm, aufm, äh, oben sind wir hier. Wo ist der Kasper? Rappen. Ja, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber so wie der sich angestellt hat, war das ein Bot. Hä? Da hat ja auch noch einer flogen. Was war das denn? Hä? 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 Funktionen. Auto fährt da rüber. Ich würde sagen, wir gehen gleich den Berg hoch, oder? Ja, ja. Dass wir erstmal die Überhunter haben. Ja. Ja, das ist gut, das sind wir genau an der Revive Position. Wenn die anderen Typen auf der anderen Seite vom Berg nämlich jetzt spitz kriegen, dass wir hier sind, dann kriegen wir das jetzt richtig. Wir sind ja, die sind ja hier auf dem Berg da. Hinter uns kommen wir. Richtung Fluss. Ja. Pfeffer. Pfeffer. Hä? Er stirbt einfach nicht. Auf wen schießt du auf die, äh, auf Rot? Äh, Mann, mein Marker hat doch gar nicht, der ist jetzt da. Okay. Second. Also wir haben hinter uns die Typen, die sind auf dem Berg da. Ey, der lebt aber noch da. Er guckt links und rechts. Okay. Pass auf, direkt auf dem Berg drüben ist wer oben. Ja. Aber ich glaube, der ist alleine, kann das sein? Ich habe nur einen gesehen oben. Ja. Ich glaube, der ist allein. Ey, check mal die Brücke. Die Brücke sieht so. Okay, ich habe ein Magazin reingeschossen. Diese komische Dinge vor. Am roten Marker ist einer. Aber mit ziemlicher Sicherheit ein Bot. Au, verdammt. Wir sind, ist noch eine Horde vor uns. Aua. In dem, hier, hier, es sind auf jeden Fall noch mehr als genug Gegner. Komplettes Team. Ja, wir sind unterwegs. Das war's. Wo? Die zwei Typen da am Auto. Die wurden gerade geweckt, vor Ort. Es war ein Unfall. Weg geweckt, vor Ort. Die wurden geweckt, vor Ort, die Burschen. Ich nehme die Mini, ganz ehrlich. Lass mir 5, 5, 6, bitte noch liegen. Ein paar Schuss. Okay, passt. Let's go. Hocken wir uns im Auto und fahren, oder? Ja. 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 Komme ich hier raus? Let's go! Oh, ich habe so gut wie nichts zum Heilen. Oh, ich habe 6 Erste-Hilfe-Kids. Ja, passt schon. Erste-Hilfe-Kids habe ich auch, aber so Medi-, äh, so First-Aid-Kids habe ich nur 1. Und nicht, keine Booster-Items. Für mich sieht es auch sehr schwach aus. Aber ist wurscht. Verbindereich, 20 Stücke. Denkt dran, dieser Bucky-Dude muss noch irgendwo rumeiern. Sollen wir da rein? Jo. Ja. Oh, jetzt schon wieder. Oh, jetzt schon wieder. Oh, jetzt schon wieder. Oh, jetzt schon wieder. So. Ich sehe ihn nicht. Ach doch, da. da wohl gepinkt aber ich komme mit meinem vierer scope dann hier dann muss hier irgendwo am strand bin ich der meinung das team davor gelb sind drei leute hinter dem hall gesehen ja aber die sind der anne guckt genau oben drüber ja perfekt die kommen jetzt sowieso gleich von der zone raus jetzt ist es vorbei oder das ist der dritte perfekt nein der anne rennt los das hinter dem heubein okay dann war es vier ja da stehe ich sehe an ich drehe mich mal um und guck mal andere seite nicht dass der buggy dude auftaucht ich würde sagen die verstecken sich auch irgendwo in welcher häuser da drüben läuft doch einer hinter der buggy dude auf meinem marker genau das ist der typ mit dem buggy am stein da kommt doch noch ein auto dahinter vielleicht sei nicht gut er hat vorher guckt komm guck nochmal ja nice ja die mini die hat halt einfach kein bullet drop die railgun muss irgendwo hier sein mein marker das hat sich angehört ach komm das ist der typ der hinter dem heubein auch da kann ich gar nicht hingucken da muss ich da raus aus häuschen aber hört sich irgendwie bottig an der dude ja da oben ist noch einer 2 ja aufmerkung ja weiß jetzt hat er mich aber ja die treffen die zone kommt und war das jetzt phase 5 das heißt eigentlich können wir die jetzt hinter uns in ruhe lassen weil ja ich habe einen gelockt der muss dann reviven einfach rennen jetzt erstmal ach ich renne ja nicht und hoffen dass er mich nicht trifft der schießt auf mich hör auf mich auch naja er ist zu doof zu schießen er ist richtig doof und jetzt aber ganz schnell heilen wir pushen weiter zu den häusern oder oh shit er trifft aber er ist aber gut oh jetzt wird's hetzlich der hat getroffen einen habe ich genockt ok bong tut ist erledigt jetzt ist noch einer übrig oder neiner ist dort noch einer ich sehe ihn hinterm baum hinter dem baum ich gehe nach hinten anderer winkel treffer das ist du schießt glaube ich auf den toten da oder könnte es sein nein nein er hat mich aua er hat eine mk12 kannst du in deckung gehen ja ne ja wenn ich es bis zum baum schaffe er hat so eine weiße kleidung an warte mal ich habe gesmoked ich habe gesmoked ich habe gesmoked wir kriegen den scharf jetzt geht er nicht was ok warte mal warte mal dann ist es jetzt nur noch wir zwei oder was ja noch wir zwei ja er läuft oh scheiß die Hütte davor wo ist er 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 muss da hinten bei den häuser kommen oh man schade ja die zone hat es die zone war es oh so bitter man den hätte ich ab müssen ja ist es es zu es 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 ist es